Leute, ich bin mal wieder am Start. Heute spiele ich mal Pokémon Go. Ja... Dann gebt ihr einfach mal... Irgendwarte ein. Auf Licht geht das ja auch. Wird es gehen. Okay, der geht nicht. Schreibt uns schön in die Kommentare, was ich für den Namen... nennen soll oder wie ich heißen soll, Leute. Okay. Ja. Ja, Leute. Danny ist auch am Start, ne? Hi. Oh, mein Gott. Das hat's geladen. Gib mir ein paar Pokémon. Hier sind... Guck mal, wer in der Nähe ist. Scheiße, doch nicht mehr. Scheiße, scheiße, scheiße. Mach du mal ganz weit weg oder so. Dein Handy ist leer, ne? Was? 85 Prozent. Recht leer. Hä? Ja. Der geht einfach mal die Straße entlang, ne? Ja, mach den nochmal. Wir sind gerade nicht so schnell. Das ist gut. Weil sonst wird gesagt... Du bist ja... Du bist ja... Du bist ja... Du bist ja... Du kannst nicht fadeln. Haha. Alter! Bei mir ist ein Drache in der Nähe. Scheiße. Oh, der ist schon weg. Macht das Spaß? Ja, ne? Ja, Leute. Wenn ihr mehr Pokémon Go sehen wollt, dann wisst ihr ja, was zu tun ist. Vielleicht ein Daumen hoch. Jetzt ist mal wütend. Ein Drache wieder. Ne, ne. Guck mal, wie viele beiden in der Nähe sind. Denn... Guck mal. Ja, du kannst auch sehen, wo die sind. Okay, ich will den finden. Nice. Oh mein Gott, ey. Da hinten ist ein Drache, ne? Das ist eine Arena. Was kann man denn in den Arenen? Kämpfen. Ich... In irgendeinem Haus ist gerade ein Drache. Bei mir? Bei mir. Ah, der sitzt weg. Mach du ihn mal so dann näher. Ich mach ihn mal so ungefähr. Weil du kannst nur in diesem Umkreis sehen. Guck mal. Du bist so schnell. Bist du schnell? Ja. War das bei dir auch so? Nein. Bei mir kann man mal die Nachrichten viermal. Okay, ich hab keinen Bock mehr. Ja, Leute, tschau.